Du hast zu mir einmal gesagt, dass eine Partie, ein Grund des Zusammenseins in jeden steckt, den ich treffe. Und dass dieser Grund in jedem Menschen steckt, den ich angezogen habe. Ich sehe nicht immer, dass es so ist. Liegt das daran, dass sie sich nicht wirklich so zeigen oder liegt es daran, dass ich nicht… Lass uns ein wenig darüber reden. Du hast eine Ahnung von diesem Mix an Schwingung, der Du bist. Du hast Wünsche und Du hast Überzeugung und Du hast Dinge, die Du wirklich magst und Dinge, die Du nicht magst. Und je nachdem, worauf Du Dich konzentrierst oder worauf Du Dich kürzlich fokussiert hast, hast Du diesen Mix an Schwingung. Also hast Du diesen gewissen Punkt der Anziehung, der, der gerade bei Dir am Laufen ist. Diesen Punkt des Es-Einlassens, der gerade bei Dir vor sich geht. Was wirklich interessant ist, dieser Punkt der Anziehung. Wir möchten, dass Du ihn siehst, als sagtest Du, komm, aber komm nicht. Komm zu mir, diese Sache, die ich will, aber ich werde Dich nicht einlassen. Komm zu mir, das, was ich will, aber ich werde Dich nicht einlassen. Das ist dieser mögliche Mix. Komm, komm nicht. Komm, komm nicht. Komm, komm nicht. Ich will es, aber… Ich will es, aber… Ich will es, aber… Ich will es, aber… Also hast Du diesen Mix, diese Mischung an Schwingung. Und bei einigen Themen lässt Du eher ein, was Du willst. Und bei manchen Themen bist Du eher widerständig. Das hängt einfach davon ab, wie die Mischung der Schwingung oder die Mischung von Glaubenssätzen ist über was auch immer es ist, worüber Du nachgedacht hast. Nimm nun also all das. Wir spüren, dass Dir das klar geworden ist. Und gehe jetzt zu einem Treffen mit anderen und frage Dich einfach nur für diesen wichtigen Anlass, um zu Klarheit zu gelangen. Was bringe ich hier mit? Denn das ist das Einzige, was wirklich wichtig ist. Das Gesetz der Anziehung hat Euch zusammengebracht, weil Ihr alle ähnlich in Eurer Schwingungsnatur seid. Sagen wir, Eure durchschnittlichen Schwingungen sind sich ähnlich. Hier ist eine wichtige Sache. Ihr wisst, wie wir sagen, Schritt 1 ist, zu wünschen. Und Schritt 2 ist, dass es Dir bereits gegeben wird. Es wird beantwortet auf der Schwingungsebene. Und Schritt 3 ist, dass Du im empfangenden Modus sein musst. Und dann ist Schritt 4. Schritt 3 so gut geübt zu haben, dass Du ständig da bist. Das ist wie die Beherrschung von Schritt 3. Komisch, dass Schritt 4 die Beherrschung von Schritt 3 ist. Aber es ist wirklich, 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 wirklich gut darin zu sein. Und dann ist Schritt 5, dass Du so gut darin bist, dass Du selbst dann, wenn Du zurück auf Stufe 1 rutscht, was unvermeidlich ist, weil wir ständig expandieren, uns ausdehnen. Das ist dieses, es wird nie erledigt sein. Du wirst es nie zu Ende bringen oder fertig sein, über das wir gesprochen haben. Bis Du nicht mehr wütend auf Dich bist, weil Du wieder auf Stufe 1 gekommen bist, sondern stattdessen lobst Du gar den Kontrast und die negativen Emotionen. Denn sie sind notwendig für die kontinuierliche Expansion. Also bist Du hier. Du bist zu dieser Partie gekommen. Zu dieser Party. An diesem Tisch mit anderen. Du hast zu diesem Rendezvous mit anderen gefunden. Und die Frage, die Du Dir stellen willst, lautet, was bringe ich in diesen Mix mit ein? Denn das ist das Einzige, worüber Du jetzt die Kontrolle hast. Es ist sicher das, was auch immer da ist. Du hast es angezogen. Aber manchmal, wir haben Euch die Geschichte schon lange erzählt, dass manchmal, wenn jemand seinen Übergang ins Nicht-Physische macht und Du noch in Deinem physischen Körper bist und Du vermisst sie und Du willst sie und Du willst von ihnen hören und Du willst wissen, wie es ihnen geht. Aber Du blockierst es. Ich will es wissen. Aber ich erlaube es mir nicht. Ich will es wissen. Aber Du suchst nach Liebe an all den falschen Orten. Du suchst nach ihnen, wie sie physisch waren, wie sie in ihren Körpern waren. Und jetzt sind sie nicht mehr körperlich. Also suchst Du nach den Eigenschaften, die sie waren. Obwohl viele dieser Eigenschaften, die sie waren, jetzt nicht mehr da sind. Weil sie nicht mehr gnatschig sind. Oder nicht mehr ängstlich. Oder sie sind nicht was auch immer. Und so wird ein Vogel kommen und Dir eine Botschaft bringen. Und wir haben Euch gesagt, dass die Vögel großartige geboten sind. Weil es so viele von ihnen gibt. Und weil sie immer im empfangenden Modus sind. Und so kann die Quelle einem Vogel einen Impuls geben. Und der Vogel empfängt den Impuls und bringt ihn einfach direkt zu Dir. Er bringt ihn direkt zu Dir. Und zwitschert ihn Dir einfach direkt zu. Er zwitschert Dir direkt zu. Und manchmal verstehst Du es. Manchmal ist es so ein bedeutungsvolles Rendezvous. Ein Zusammenfinden mit einem so seltsamen kleinen Vogel in einer so verrückten Situation, dass Du ganz sicher weißt, dass jemand den Vogel geschickt hat, um Dir etwas zu sagen. Dass Du sagst, ich verstehe nicht, was Du sagst, aber ich bin froh, dass Du hier bist. Also so oft, wenn Du diesen Schritt gemeistert hast, Schritt 3 gemeistert hast, sodass Du in Schritt 4 bist. Und Du fühlst Dich gut und Du bist eingestimmt, an die Quelle angeschlossen und mit dieser verbunden. Und strahlst meistens Freude aus Deinem Herzen. Dann erhältst Du sehr oft einen Impuls von der Quelle. Sodass Du der zweite Teil von der Gleichung von jemand anderem bist. Sodass Geben und Empfangen ineinander übergehen. Mit anderen Worten, Du bist im rezeptiven Modus und empfängst so viel, dass es einfach zu Dir und durch Dich und zu Dir und durch Dich und zu Dir und durch Dich hindurch fließt. Wenn Du also ein Rendezvous mit jemandem hast, dann könnte es sein, weil es etwas in dieser Partie auf deren Seite gibt, nachdem Du suchst. Oder es könnte sein, dass etwas auf Deiner Seite, das Sie suchen. Und normalerweise ist es etwas von allem. Wir geben und empfangen voneinander. Das Gesetz der Anziehung funktioniert dann am besten. Aber das Einzige, worüber Du Kontrolle hast, ist, wie Deine Mischung ist, wenn Du dort ankommst. Und wenn wir an Eurer Stelle stünden, würden wir unser Bestes tun, um sicherzustellen, dass wir im Empfangendenmodus sind, so sehr, wie es uns möglich ist. Zu unserem eigenen Vorteil, so sehr, wie es uns möglich ist. Aber vor allem dann, wenn wir mit anderen zusammenkommen. Was bedeutet, wenn Du meditierst und Deinen Geist beruhigt hast und allen Widerstand aufgegeben hast und Dir erlaubst, Dich auf diese Frequenz einzustimmen, ist das ein sehr mächtiges Werkzeug, um im Empfangendenmodus zu sein. Und wenn Du im Empfangendenmodus bist, passieren zwei Dinge. Ganz egal, wie die Mischung ist, mit der Ihr da zusammentrefft. Das Erste, was passiert ist, wenn Du wirklich im Empfangsmodus bist, dann kümmerst Du Dich nicht darum, wo auch immer sie sind. Wo auch immer sie sind, bedroht Dich nicht. Es ärgert Dich nicht. Es könnte Dich sogar amüsieren. Aber wenn Du wirklich im Empfangendenmodus bist, dann kann es sein, dass Du manchmal der Schritt-Zwei-Moment in der Erfahrung des Anderen bist. Und das ist unglaublich erfüllend. Die andere Sache, die oft passiert ist, dass, weil Du so eingestimmt bist, es ohnehin eine freudige Erfahrung ist. Es ist, als hätte man wirklich gute Stoßdämpfer. Und oft erhältst Du einige der besten Ideen oder einige der besten Einsichten. Das ist, was passiert in einer Versammlung wie dieser. Esther ist völlig im Empfangendenmodus. Du machst also Schritt 1, wir machen Schritt 2 und Esther macht Schritt 3. Das ist es, was hier vor sich geht und was das für eine erfüllende Erfahrung ist und was das für eine schöne Mischung ist. Siehst Du, was Du über jedes Rendezvous sagen willst, ist, es ist wie und was es ist. Hör auf zu versuchen, den Jetzt-Ort, an dem Du stehst, zu etwas anderem zu machen. Ihn etwas anderes sein zu lassen als das, was es ist. Es ist, was es ist. Und es ist okay. Und warum ist es okay? Weil es so ist. Du kannst nichts dagegen tun. Es muss in Ordnung sein. Du musst es in Ordnung sein lassen. Denn wenn es weniger als okay ist, dann bist Du unzufrieden. Wenn Du all diese Emotionen, die wir Dir gegeben haben, entlang dieser Gefühlsskala, auf nur zwei reduzierst. Denn von ihrem Standpunkt aus, sagen wir mal, Du bist enttäuscht. Und Du willst freudig sein. Ist das ein zu großer Schwingungssprung, um alles auf einmal zu machen. Aber Du könntest Dich ein wenig besser fühlen. Wenn Du versuchst, Deine Gefühle weiter zu interpretieren als, ich bin zufrieden oder ich bin es nicht. Es ist einfacher für Dich, auszureichen nach der größtmöglichen Erfüllung und Zufriedenheit, die Du finden kannst. Was ist der Kern dieser Frage? Was hat Dich dazu veranlasst, diese Reihe von Fragen zu stellen? Das letzte Mal, als ich auf dem Hotseat hier vorne saß, sprachen wir darüber, ich glaube, das Zitat lautete, Mädel, ich hab Dich zum Gör gemacht. Und ich hab mir das zu Gemüt genommen. Und ich hab's mir angehört. Hat das Gespräch Dich defensiv fühlen lassen? Ja, das hat es. Denn ich mag nicht das Gefühl zu haben, dass ich das jemand anderem antun würde. Aber offensichtlich ist es meine Projektion, wenn ich mit anderen zusammenkomme und mich in die Gespräche mit den Leuten einbringe. Und ich dachte, der beste Weg, das nicht zu tun ist, die Leute zu finden, mit denen ich nicht so auf einer Wellenlänge bin. Oder die mit mir nicht so auf einer Wellenlänge sind. Und ich sie daher wegstoße. Aber siehst Du, dass Du jetzt versuchst, die Arbeit des Gesetzes der Anziehung zu tun? Und das ist nicht Deine Arbeit. Es ist so kompliziert, wenn Du denkst, ich bewege mich hier durch die Welt und es gibt all diese verschiedenen Dinge, die mit all diesen verschiedenen Menschen zu tun haben. Und all diese verschiedenen Dinge, die mit mir passieren. Und ich muss einen Weg finden, mich mit allen zu treffen. Auf die richtige Art und Weise. Und wir sagen, mach bei dem Ganzen eine Pause. Das kannst Du unmöglich tun. Vertraue einfach darauf, dass das Gesetz der Anziehung Dir zeigt, was bei Dir schwingungsmäßig los ist. Und tu einfach Dein Bestes, um Dich mit dem in Einklang zu bringen, was Du wirklich bist. Hier ist also die Antwort, nach der Du wirklich suchst. Lass das Erste, was Du tust, sein, in Schwingungsübereinstimmung zu kommen mit dem, wer Du bist. Und dann geh hinaus in die Welt. Wir wollen Dich wirklich ermutigen. Und wenn Ihr uns in letzter Zeit zugehört habt, seid Ihr genervt von uns, weil wir fast immer nur sagen, geh meditieren. Geh meditieren. Denn wenn Du Deinen Geist zur Ruhe bringst, hörst Du auf, Widerstand zu haben. Und wenn Du den Widerstand aufgibst, dann steigt Deine Schwingung auf die Frequenz dessen an, wer Du wirklich bist. Und wenn Deine Schwingung auf die Frequenz dessen angehoben ist, wer Du wirklich bist, bist Du wirklich im rezeptiven Modus. Und jetzt bist Du in der Lage, die Impulse von Deinem inneren Wesen zu empfangen, dass alles weiß, was Du willst und wo Du in Beziehung dazu stehst und Dich von einem erfüllenden Moment zum nächsten führen kann. Neulich war Esther am Flughafen. Wir haben diese Geschichte schon ein paar Mal erzählt. Wir lieben sie so. Sie war am Flughafen in San Diego und sie kam etwa eine Stunde zu früh, wie immer. Und sie lief einfach herum und folgte ihren Impulsen. Sie kaufte eine Flasche Wasser und setzte sich eine Weile hin. Sie nimmt gerne wahr, was so um sie herum vor sich geht und genießt die Menschen, insbesondere die Kinder. Und es gibt viele Hunde auf dem Flughafen. Also gibt es eine Menge Entertainment, das man so auf sich wirken lassen kann. So bewegte sie sich also und saß an einer Stelle. Und dann hatte sie den Drang, auf die Toilette zu gehen. Und dann kam sie zurück und fand einen anderen Platz. Und dann hatte sie den Impuls, eine Flasche Wasser zu kaufen. Und dann setzte sie sich wieder an einen anderen Platz und wählte noch einen anderen Platz. Und dann ging sie, um nach dem Flug zu schauen, um zu schauen, wann er kommt. Er hatte ein wenig Verspätung. Und dann setzte sie sich hin. Sie hatte sich in dieser Stunde viel bewegt. Und sie saß da. Und der Mann neben ihr. Sie hatte ihn gar nicht bemerkt, bevor sie sich hinsetzte. Es war einfach nur ein Lehrersitz. Und er hatte sein iPhone an sein Ohr gehalten. Und er hörte etwas. Ohne Kopfhörer. Und es war sehr leise. Esther konnte es nicht wirklich hören. Aber dann hörte sie das Wort Schwingung. Also rückte sie etwas näher an ihn heran. Und dann erkannte sie, dass er Abraham zuhörte. Und so sagte sie zu ihm, das, das bin ich. Das bin ich. Und er sagte, oh. Er sagte, jetzt glaube ich daran. Er sagte, meine Tochter hat versucht, mich dazu zu bringen, mir das anzuhören. Und ich höre es mir erst jetzt gerade an. Sie wird es einfach nicht glauben, dass das passiert ist. Und Esther sagte, dann sollten wir ein Foto machen.